Ja, hallo Leute, ähm, wie ihr vielleicht merkt, kommt heute kein Video, tut mir leid, nur uns beiden hat einfach die Zeit dazu gefehlt und äh, am Dienstag kommt dann wieder ein neues Video, ich hoffe ihr verzeiht uns das und äh, ja, wollte ich nochmal gesagt haben, nicht dass ihr euch wundert, dass heute kein Video kommt so richtig, deswegen kommt jetzt das Video und äh, ja. Ciao.